Guten Tag, SDR Senaldin. Sie sind vor vier Jahren aus Syrien nach Deutschland gekommen, sind Kinderärztin, arbeiten derzeit im Impfzentrum des Landkreises Tübingen. Wir sprechen über Corona-Schutzimpfungen. Wir, Tynius International, hören immer wieder von Sorgen Geflüchteter darüber, dass der Impfstoff nicht wirkt. Ja, einige Menschen fühlen sich verunsichert und Gerüchte über die Wirkung der Impfung halten sich hartnäckig. Wir wissen, dass die Impfstoffe erst nach ausreichender Überprüfung auf den Markt gebracht wurden. Und nach der Marktzulassung erfolgt eine ständige Kontrolle zum Erfassen von Wirksamkeit. Das bedeutet, diese Impfstoffe sind klinisch getestet und die Wirkung dieser Impfstoffe nach millionenfacher Anwendung wurde alles sicher festgestellt. Darf ich fragen, haben Sie sich selbst auch schon impfen lassen? Ja, natürlich. Ich bin geimpft worden vor ca. drei Monaten. Vielen Dank. Es geht aus Senaldin. Vielen Dank. Vielen Dank.